Guten Abend, das Herr Etienne zum letzten Spiel dieses ersten Spieltages mit den letzten beiden Mannschaften, die wir noch nicht gesehen haben. Island beim großen Turnierdebüt endlich dabei gegen Portugal, die noch titellosen Portugiesen rund um Cristiano Ronaldo wollen es schaffen, hier in Frankreich endlich mal ein Turnier richtig gut zu bestreiten. Und auf der anderen Seite das große Debüt Islands, zunächst die Hymnen, beide Länder hier in Saint-Étienne. Die Hymnen Vor zwei Jahren in Brasilien haben sie es fast geschafft, sind in den Playoffspiegeln gescheitert, die Isländer jetzt also das erste Turnierspiel. Und wir schauen auf die Startformation Portugals mit Patricio im Tor, Cedric Carvalho, Alves, Eliseo in der Verteidigung, dann das Dreier-Mittelfeld mit Danilo, Thiago, Moutinho, Fane, Nali, Ronaldo und Quaresma. Das also die für Portugal vor zwei Jahren das Gruppenhaus in Brasilien, das soll dieses Mal deutlich besser gelingen. Dann Island mit Haldorsson im Tor, dann die Vierer-Verteidigung, davor der Kapitän Gunnarsson, rechts Bjanarsson, links Gudmussson, dann der Schlüsselspieler Sigurdsson, vorne Finn Burgerson aus Augsburg, neben Sigurdsson. Das also die Doppeloffensive einer Mannschaft, die das allererste Mal auf der großen Bühne dabei ist. Unbekannte Namen, was dieses Turnier angeht, einige aus den Vereinen bekannt, wie etwa ein Finn Burgerson aus Augsburg, aber natürlich für alle eine große Erfahrung. Und sie werden anstoßen in den blauen Trikots, die isländische Mannschaft von rechts und links, trainiert von Lars Lagerbeck, vor sechs Jahren Trainer Nigerias, vor zehn Jahren Trainer Schwedens bei der WM. Jetzt also mit Island in dieses 16. Spiel dieser Gruppenphase. Island von rechts und links, Portugal in Rot-Grün auf das rechte Tor. Und wieder Finn Burgerson. Fliegerpsan, gleich mal der Kapitän, das ist Gunnarsson, weiter für Janarsson und wieder Finn Burgerson, mit Toren aufgefallen in den Niederlanden. Gunnarsson, schöner Auftakt. Erste Chance, zwei Minuten gespielt durch den Kapitän, durch Gunnarsson. Geht gut los für Island mit dem ersten Abschluss auf das Tor von Patricio. So kann es gehen. Der Start der Mannschaft, ganz klar der Trainer. Und sie haben es jetzt geschafft, endlich mal bei einem Turnier dabei zu sein. Gegen Kroatien vor zwei Jahren gescheitert in der Playoff-Runde der Qualifikation. Da hat man bereits gesehen, diese Mannschaft kann durchaus was. Hat sich hochgearbeitet. Und jetzt also, zwei Jahre später, nach dem zweiten Platz in der Tschechien in der Gruppenphase, in der Qualifikation, die Teilnahme. Thiago, Quaresma, ganz stark gemacht, gut abgestoppt. Ronaldo, nochmal Thiago, links raus, Fedeseo. Erste brenzlige Situation, Wiesland. Und Moutinho, Quaresma. Und dann noch abgeblockt von Savarsson. Erster Abschluss durch Quaresma. Auf der rechten Seite mit Ronaldo und Nani. Einer von drei Offensiven. Kein Handspiel, das Knie ging raus. Eckball getreten von Nani. Für Alves kein Problem. Zweiter Anlauf mit Eliseo, dem Linksverteidiger. Wieder Quaresma, Alves, Ronaldo. Und die Chance, abgefilscht. Dachte ich von Quaresma. War es aber nicht. Sondern ein ganz starker Stoß senkte sich gefährlich auf das Tor von Haldosson. Allerdings nicht gut genug für das erste Tor Portugals. Trotzdem, nach der ersten Chance von Gunnarsson, zu erkennen, dass Portugal natürlich individuell klar besser ist. Das Island kann überraschen und dann in den nächsten Spielen vielleicht die Chance wahrnehmen gegen Österreich oder gegen Ungarn. Wir haben die beiden Mannschaften heute am frühen Abend gesehen in Bordeaux beim 1 zu 1. Das späte Auslässtor von Okotje. Das ist also das zweite Spiel dieser Gruppe-F. Siegkörsern. Gut gedacht für Bjarnasson. Kommt allerdings nicht dran. Und dann der Mann auf der rechten Seite Islands. Das ist also nochmal Danilo. Und diese wirklich schöne Chance. Da stand Haldosson etwas vorm Tor. Und dann versucht... Danilo gleich mal... ...diesen sehr angeschnittenen Schuss. Deswegen so gefährlich. Weiter in Kantor. Aber ein schneller Auftakt hier in Saitien. Im letzten Ort, wo noch nicht gespielt wurde. Jetzt ist überall das Turnier losgegangen. Portugal mit Cedric. Gegen zwei. Gegen... ...Anasson. Gegen Moutinho. Saifersson, der Innenverteidiger. Und wieder Anasson. Portugal läuft früh rauf. Schön befreit über Gunnarsson. Und Skulasson. Die isländische Mannschaft in Europa komplett verteilt. Die wenigsten in der eigenen Liga. Der einzige ist der Ersatz-Torwart. Gundalf vor Gundalfson. Alle anderen spielen in Skandinavien. Oder eben in England, in der Türkei, in Belgien. Bei den zweiten, dritten Mannschaften. In der Tabette. Hinter den ganz großen. Wie etwa ein... Gunnarsson, Rechtsverteidiger von... Genc Stabili aus der türkischen Liga. Oder eben Siegfersson hier aus Frankreich aus Nantes. Gunnarsson, klasse gesehen für Björnarsson. Hat mal Platz gegen Cedric. Ganz gut abgegrätscht. Der Mann von Southampton in der Verteidigung Portugais. Trainiert von Fernando Santos. Vor zwei Jahren noch Griechenlandstrainer in Brasilien. Jetzt also mit Portugal hier in Frankreich. Finnbogerson. Flug abgelegt. Siegfersson. Siegfersson. Verzeihung. Der Mann mit der 10. Zweite Chance für Island. Klasse gespielt von Finnbogerson. Und dann läuft Siegfersson in Position. Aber schafft es nicht, den Ball aufs Tor zu kriegen. Trotzdem, so kann es gehen. Island immer wieder mit schönen Kombinationen. Und natürlich Finnbogerson, Siegfersson. Das sind die gefährlichsten dieser Mannschaft. Der Mann aus Augsburg. Zusammen mit dem von Swansea City. Immerhin in der Premier League. Danio. Thiago gegen Salversson. Schöne Flanke für Ronaldo. Und die Chance. Quaresma. Abgeblockt von Scudasson. Nächste Aktion. Islands Verteidigung. Jetzt gegen Quaresma. Auch das kein Handspiel. Und dann also der nächste Standard von links für Nani. 20 Minuten gespielt. Island präsentiert sich ordentlich. Wenn gleich Portugal offensiv natürlich deutlich überlegen ist. Nächste Ecke. Und Alves fliegt am Ball vorbei. Danilo hält den Ball im Spiel. Gleich wieder reingebracht. Quaresma gegen Saiversson. Kein Foul. Ronaldo angespielt. Aber zu weit für den Mann von Madrid. Am Ende landet der Ball bei Hannes Paul Haldorsson. Dem 32-jährigen Torwart. Quaresma hat Raum gegen Saiversson. Thiago und Ronaldo. Bislang noch nicht die ganz große Aktion. Jetzt mal klug gespielt für Edeseo. Gegen Gudmundson. Aber den Ball am Ende verstolpert. Gudmundson unter Druck. Ein Wurf wieder für Portugal. Fedeseo. Nani. Danilo. Jetzt passt er. 1-0 Portugal durch Danilo. Er macht das Tor. Nicht Ronaldo. Nicht Nani. Nicht Quaresma. Danilo ist der Mann, der das erste Turnier macht. Für Portugal schön gemacht. Die Vorarbeit von Nani. Und dann ganz frei gegen Saiversson. Und gegen die isländische Mannschaft. Zu spät die Gegendwehr. Haldorsson macht los. Und da macht Danilo das erste Tor dieses Turniers für die Mannschaft von Fernando Santos. Ganz wichtiger Treffer gegen Island. Haldorsson bedient. Danilo Pereira, der Mann aus Porto. mit seinem ersten Länderspiel-Tor überhaupt. Traf noch nie für Portugal. Aber jetzt in Frankreich. Bester Zeitpunkt. Für den 24-Jahre-alten Mann. Vom FC Porto. Island wollte lange genug die Null halten. Lange möglich. Jetzt allerdings nach einer knappen halben Stunde. Dann doch das Gegentor. für die Mannschaft von Lars Lagerweck. Gutmundson gegen Eliseo. Rausgeschlagen. Und der Ball landet bei Ronaldo. Moutinho. Moutinho. Weiter für Nani. Eliseo. Und wieder Nani. Nicht im Abseits. Doch Fani jetzt. Dann doch spät nach oben gegangen. Gegen Nani. Mittlerweile bei Fenerbahce. Für bei Manchester United. Knapp entschieden. Weil da in der Mitte noch Saiversson stand. Der Innenverteidiger von Amabi. Aus der schwedischen Liga. Goufmundson. Weiter für Bianasson. Wieder Goufmundson. Und Finn Burgesson. Kann sich nicht ganz durchsetzen. Gegen die portugiesische Verteidigung. Sieg für Sonnen. Gut gesehen. Skudasson. Hat mal Raum über die rechte Seite. Weiter für Janasson. Nächster Fehlpass. Geklärt von Eliseo. Ben Burgesson. Schöne Flanke. Zu weit. Gedacht für... Sieg für Sonnen. Und das nochmal. Das 1 zu 0 durch Danilo. Gegen Sieg für Sonnen durchgesetzt. Gegen Salverson. Hier allesamt zuschauen. Die 4er Kette. Island in diesem 4-4-2 mit Raute. Ein ungewöhnliches System. In der Ausführung bei den Isländern. Mit dem offensiven... ...Sieg auf Sonnen und dem defensiven Gunnarsson. Das sind die Spielgestalter. Zusammen eben vorne mit den Stürmern mit Fimburger Sonnen und Sieg für Sonnen. Dazu die Flügel-Spieler. Bjarna Sonnen und Guzmund Sonnen. Bjarna Sonnen. Sieg für Sonnen. Ausdorf von Patrizio. Aber kein Problem. Auf den Mann geschossen. Nach langer Zeit mal wieder eine Chance für Island. Durch Sieg für Sonnen. Kennt dieses Stadion. Aus der Liga mit Nantes. Thiago. Ronaldo. Danilo abgegrätscht. Trotzdem am Ball. Ronaldo weiter für Nani. Und Ronaldo. Nächste Chance. Klasse Parade von Haldorsson. War mal nicht dran. Am Ball von Ronaldo. Riesenschance. Vereintet von Haldorsson. So ist es. Auch wenn das nicht ganz sicher aussieht. Er hat den Ball abgewehrt. Eckball für Nani. Und damit das 2 zu 0 verhindert. Erster Abschuss von Ronaldo. Bisschen selten zu sehen. Jetzt Nani. Und Gunnarsson rausgeköpft am kurzen Pfosten. Sieg für Sonnen. Einfach mal mit dem weiten Ball. Abseits gegen Poirais-Mal. Beim langen Ball von Patricio. Und Freistoß für Skulasson. Und Freistoß für Skulasson. Janasson. Janasson. Im Zusammenspiel mit Janasson. Der Kapitän Gunnarsson. Janasson mal mitgelaufen. Der Innenverteidiger. Schöne Flanke. Sieg für Sonnen. Das ist Guzmundsson. Schöner Schuss. Schöne Chance. Durch Guzmundsson. Den Mann auf der linken Seite. Traut sich mal. Und da fehlt nicht viel. Island hatte große Chancen. Haben sie nicht genutzt. Aber trotzdem. Eine erste gute Halbzeit. Natürlich waren sie nervös. Angespannt vor diesem ersten Turnierspiel. Das dürfte sich jetzt gelegt haben. Sie haben alles gezeigt, was sie konnten im ersten Durchgang. Sie hatten schöne Gelegenheiten. Und haben alle Chancen für den zweiten Durchgang. Hier in Zeuthien. Und dieses Spiel hat Portugal noch längst nicht entschieden. Weil sie Großchancen nicht verwandelt haben. Cedric aber jetzt mit mächtig Raum. Ronaldo wartet. Klang gekommen für Nani. Unsicherheit. Saiverson klärt. Rausgeschlagen. Nach der nächsten kleinen Unsicherheit in der Defensive Islands. Immer wieder Probleme bei Saiverson. Skudasson und seinen Mitspielern. Quaresma kommt noch an diesen Ball. Aber kann ihn nicht ganz kontrollieren. Und das nochmal. Johann Berg-Guthmundsson. Zentimeter über das Tor von Patricio. Zusammen mit der Chance zu Beginn von Gunnarsson. Die Beste für Island. Und das ist ein Tor im zweiten Durchgang. Und man hätte tatsächlich Portugal einen Punkt abgetrotzt. Und für die nächsten Spiele alle Möglichkeiten. Finnburgersson. Skudasson abgegutscht. Und jetzt ist Pause in Zeuthien. Portugal führt durch das erste Länderspiel-Tor von Danilo Pereira. Das ist allerdings die einzige Gelegenheit, die wirklich gefährlich war. Dazu noch die Chance von Ronaldo. Insgesamt Portugal noch längst nicht auf dem Niveau, wie man es erwarten konnte. Auf der anderen Seite schöne Gelegenheiten für Island. Durch Gunnarsson. Durch Guzmundsson. Sie haben alle Möglichkeiten. Und wir sind dann gleich zurück mit dem zweiten Durchgang in Zeuthien. Portugal gegen Island. Bis gleich. Bis gleich.